So, Servus Leute! Es sind schon mehr als drei Monate vergangen seit dem letzten Top 10 Video. Deswegen wird es heute allerhöchste Zeit, dass wir mal über meine absoluten aktuellen 10 Lieblings-Shisha-Tabak-Sorten reden. Ja Leute, und da sind wir wieder, wie gesagt, heute meine 10 aktuellen Lieblings-Shisha-Tabak-Sorten. Es ist ja schon mehr oder weniger Ritual geworden, dass hier alle drei Monate ein Video drüber kommt, was ich aktuell so am liebsten rauche, was aktuell so in meine Top 10 Lieblings-Tabak-Sorten reinkommt. Und es sind ein bisschen mehr als drei Monate geworden, aber dafür jetzt endlich das Video, was ich im Moment denn so am liebsten rauche. Wir starten auch direkt mit Platz 10 und das ist ein Holster-Tabak und zwar der Eiskaktus. Jeder kennt das schöne Eiskaktus früher, beziehungsweise das Kaktuseis früher vom Badesee. Viele haben es damals gegessen, die meisten von euch werden es bestimmt kennen. So auch ich, ich habe es damals sehr, sehr gerne an unserem Badesee gegessen im Sommer. Und Holster dachte sich, auch wenn das Eis so viele gefeiert haben, dann machen wir doch dabei am besten mal eine Tabak-Sorte draus. Genau das haben Holster auch getan und es ist ein sehr, sehr guter Tabak geworden, den ich sehr, sehr gerne rauche. Jetzt in den letzten paar Wochen vielleicht ein bisschen weniger geworden, aber trotzdem definitiv ein sehr, sehr guter Tabak. Leute zwischendrin, sei noch mal gesagt, das ist nur meine ganz subjektive Meinung. Tabak ist Geschmackssache, manchen von euch wird der vielleicht nicht gefallen. Ich sage euch nicht, dass ihr euch irgendwas davon holen sollt. In diesem Video einfach nur kurz, was rauche ich aktuell sehr, sehr gerne. Was sind gerade so für mich subjektiv meine 10 Lieblings-Tabak-Sorten? Und da eben auf Platz 10 der Holster-Eiskaktus. Auf Platz 9 kommt ein Hukain und auch die einzige cremige Tabak-Sorte, die es in meine Top 10 überhaupt geschafft hat. Es geht um den White Cake. Ein Zitronenkuchen-Tabak, der aber auch irgendwie Noten von Vanille irgendwie enthält. Ganz verrückt. Auf jeden Fall der einzige cremige Tabak, den ich rauchen kann. Er ist für einen cremigen Tabak relativ uncremig. So unlogisch, wie das Ganze jetzt auch klingt. Ja, der einzige cremige Tabak, der es bei mir reingeschafft hat. Vielleicht auch gerade, weil er eben nicht super krass cremig für einen cremigen Tabak ist. Aber der White Cake, so Sonntagmorgens nach dem Frühstück, da vorne ein Köpfchen. Das geht auf jeden Fall klar. Und deswegen mein Platz Nummer 9. Auf dem 8. Platz ein alter Bekannter aus meinen Top 10 Videos. Es geht um die einzige Darkside-Sorte, die es noch in meine Top 10 geschafft hat. Ihr wisst das. Ich habe eine krasse Darkside-Phase geschoben, wo ich jeden Tag Darkside geraucht habe. Es hat ein bisschen abgeflacht. Ich rauche Darkside immer noch sehr, sehr gerne. Ich habe gerade gestern Abend wieder ein Köpfchen von dem Tabak geraucht. Und er ist einfach nach wie vor super, super gut. Und ab und zu so ein Köpfchen Darkside, das muss einfach drin sein. Ihr wisst ja, Darkside für mich am liebsten. Busco Rims ja. Vier Kohlen auf dem Kalau, ein bisschen Abstand lassen, locker, fluffig gebaut. Und dann läuft das Ganze wunderbar. Es geht um den Lemon Blast. Es gibt noch viele andere Sorten von Darkside, die auch sehr, sehr gut sind. Aber die einzige, die ich im Moment noch vermehrt oder sehr, sehr häufig rauche, ist der Lemon Blast. Auch wenn, auch bei dem, dass die letzten Wochen ein bisschen weniger geworden ist. Aber wie gesagt, letztes Köpfchen, gerade gestern Abend davon geraucht. Und einfach ein brutaler Tabak. Er schmeckt so nach diesem typischen Zitronen-Krümel-Eistee. Falls ihr den kennt, bestimmt kennen den einige von euch. Den Instant-Eistee, wo man diese komischen kleinen Granulat-Dinger hat. Das in ein Glas Wasser packt, dann ein bisschen umrührt. Und fertig ist euer Zitronen-Eistee. Und ich finde, genau so schmeckt auch der Darkside Lemon Blast. Und für mich eine der absolut besten Darkside-Sorten, die es im Moment in Deutschland zu kaufen gibt. Übrigens, ich habe mich diesmal nur auf Sorten beschränkt, die man in Deutschland auch kaufen kann. Die in Deutschland auf dem Markt sind. Das heißt, es ist kein Tangiers dabei. Es sind keine Darkside-Sorten dabei, die es im Ausland gibt. Ansonsten wäre zum Beispiel noch Safe, der Blackcurrant von Darkside mit dabei. Den gibt es aber leider in Deutschland nicht. Das kann man sich nur im Ausland kaufen. Und da habe ich diesmal von abgesehen, es gibt nur Sorten, die man auch in Deutschland kaufen kann. Und da eben auf dem Platz der Darkside Lemon Blast. Auf Platz 7 ist ein Tabak, von dem wir bis jetzt bei mir relativ wenig gehört haben. Es ist eine Sorte, die sehr, sehr oft in Bars verwendet wird, um zu mixen. Es ist ein Bärenmix-Menthol-Tabak. Wie gesagt, in Bars bei uns wird der extrem oft benutzt. Es ist der FFM von Barbos und ich glaube sogar der einzige Rapper-Tabak, der es in meine Top 10 geschafft hat. Auf jeden Fall ein sehr, sehr leckerer Bärenmix, der eine ordentliche Menthol-Note am Start hat. Wer nicht auf Menthol oder Minze steht, wird mit diesem Tabak definitiv nicht glücklich werden. Er hat eine krasse, frische Note mit dabei, die man absolut lieben muss. Ihr wisst das Leute, ich rauche sehr, sehr gerne mit ordentlich Minze oder Menthol. Deswegen an der Stelle ganz wichtig, wo wir gerade über Minze und Menthol reden. Das Video gucken ja meistens relativ viele Leute mit den Top 10. Falls ihr auch Shisha-Raucher seid und ihr Minze und Menthol feiert, guckt auf jeden Fall, dass ihr die Petition gegen das Minz- und Menthol-Verbot unterschreibt. Ihr müsst nochmal eure E-Mail bestätigen und dann seid ihr durch. Ich packe euch auf jeden Fall nochmal einen Link unten in die Beschreibung. Für die, die es nicht wissen, ab 20.05. wird Minze und Menthol und noch viele andere Inhaltsstoffe in Shisha-Tabak verboten. Wenn ihr auch keinen Bock habt, dass das passiert, unterschreibt auf jeden Fall die Petition. Aber mein Platz 7, auf jeden Fall der Barbos FFM, brutaler Bärenmix mit ordentlich Menthol am Start. Übrigens auch einer der zwei Bestandteile, die ich gerade hier rauche. Und wo wir gerade bei meinem Setup sind, Harmony Bowl, Calout 1 Plus, Nieris obendrauf und die Conceptix Smart mit dem passenden Mundstück mit dabei. Auf Platz Nummer 6 ist der zweite und letzte Hukain-Tabak, der es in meine Top 10 geschafft hat. Es ist meine absolute Lieblingssorte von Hukain. Seit sie auf den Markt gekommen ist, definitiv mein Favorit, was Zitronen und Limette angeht. Viele von euch werden jetzt bestimmt schon wissen, worüber ich rede. Es ist der Green Lean von Hukain. Einfach ein absolutes Brett, wenn ihr auf Zitrone und Limette steht, die krass in die saubere Richtung gehen, dann wird euch der Tabak auf jeden Fall abholen. Wenn ihr eher auf süße Sorten in die Richtung steht, ist der Green Lean nichts für euch. Viele Freunde von mir haben sogar schon gesagt, der ist mir viel zu sauer, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe sogar mal eine Dose von einem Kumpel bekommen, der den gar nicht rauchen konnte, weil er eben zu sauer war. Ich finde ihn jetzt gar nicht so krass sauer, aber er ist definitiv eher auf der sauren Seite. Für mich aber ein absolut krasser, super, super leckerer Tabak und deswegen ein verdienter Platz 6 bei mir. Auf Platz 5 ist es eine der neueren Sorten. Es gibt ihn noch gar nicht so ultra lange. Ich glaube, es war der letzte oder vorletzte Somodrop, bei dem der Tabak rausgekommen ist. Es geht um den Somomacuja. Die beste Maracuja, die ich bis jetzt jemals geraucht habe. Er drückt ein kleines bisschen beim Anrauchen, aber da kann man drüber hinwegsehen, wenn man dann einfach diesen krassen, krassen Maracuja-Geschmack hat. Für mich, wie gesagt, echt die beste Maracuja, die ich jemals in einer Shisha geraucht habe. Einfach ein absolutes Brett. Sehr, sehr geil alleine. Sehr, sehr geil zu mischen. Einfach ein mega, mega guter Tabak. Er ist so eine kleine Ausnahme auf der Liste, weil ich habe ja gesagt, eigentlich nur Sachen, die man in Deutschland kaufen kann. Und man kann ihn eigentlich auch in Deutschland kaufen, ist aber im Moment leider einfach immer überall ausverkauft. Deswegen kommt man leider im Moment nicht dran. Aber eigentlich gibt es ihn in Deutschland und ich feiere ihn zu krass. Deswegen musste er safe auf die Liste. Der Somomacuja. So, und auf Platz Nummer 4 ist ein Mystic Tobacco. Und zwar der einzige für mich, der absolut creme de la creme ist. Der beste Mystic, den es gibt und wahrscheinlich auch einer der ausgefallensten Tabaksorten, die ich bis jetzt jemals geraucht habe, was den deutschen Markt angeht. Es geht um den Mystic Hera. Wenn man jetzt erstmal hört, es soll ein Bärenmix-Tabak sein, denkt man sich, okay, Bärenmix gibt es eigentlich sehr, sehr viele. Aber das Besondere an dem Mystic Hera ist, dass eben noch Maulbeere mit am Start ist. Einfach krass. Ich wusste vorher gar nicht, wie eine Maulbeere schmeckt oder schmecken soll. Aber Leute, der ausgefallenste Bärenmix, den ich jemals geraucht habe und einfach eine brutal leckere Sorte. Ein absolutes Meisterwerk von Mystic. Übrigens Mystic auch schon komplett konform, auch nach dem 20.05. noch genau so am Start, wie sie jetzt am Start sind. Das heißt, den können wir definitiv weiter rauchen. Ansonsten, wenn ihr fleißig die Petition unterschreibt, bestimmt auch noch danach. Oder zumindest hoffentlich ist auf jeden Fall die Hoffnung bei dieser Petition. Aber Leute, Mystic Hera, absolutes Brett. Sehr, sehr geiles Ding. Den rauche ich sehr, sehr gerne. Zuwider meiner Freundin. Die findet ihn nämlich gar nicht lecker. Also es ist definitiv Geschmackssache. Aber einige meiner Freunde lieben ihn auch abgöttisch. Es ist so ein Liebs- oder Hassesding. Also viele sagen, boah, kann ich gar nicht rauchen. Andere sagen, Digga, das ist ein Meisterwerk. Für mich auf jeden Fall auch ein Meisterwerk. Und deswegen ein verdienter Platz Nummer 4. So Leute, bevor wir zu Creme de la Creme, der Top 10 kommen, die Top 3 meiner Top 10, möchte ich nochmal kurz sagen, nur 25% der Leute, die diese Videos gucken, lassen auch ein Abo. Das heißt, falls ihr meine Videos eigentlich gerne guckt, aber unten noch kein Abo da gelassen habt, Leute, tut mir den Gefallen. Lasst sehr gerne ein Abo da. Das würde mich auf jeden Fall krass unterstützen und mega freuen. Also gerade ein Google-Konto machen oder einloggen und einmal unter dem Video auf den roten Abonnieren-Button klicken. Und damit starten wir dann auch in meine Top 3 Sorten. Der Platz Nummer 3 auf meiner Liste ist der Must-Have Pinkman. Ein sehr, sehr geiler Mix aus roten Früchten, der einfach brutal lecker ist. Mit Abstand, mit Abstand, der süßeste Tabak auf meiner Liste. Es ist einfach ein krass süßer Bärenmix. Viele von euch kennen ihn vielleicht schon vom Vapen, den Pinkman gibt es ja auch als Liquid zum Vapen und viele feiern ihn. Es war sogar eins der ersten zwei Liquids, die ich mir jemals beim Dampfen geholt habe. Da habe ich ihn schon geliebt, aber auch in der Shisha brutal lecker. Es ist ein Dark Blend, das heißt, er ist ein Ticken stärker, tendenziell eher nichts für Anfänger, weil schwarzer Tabak, mehr Nikotin stärker könnte bei manchen vielleicht zu schwummerigen Füßen führen. Für Leute, die ab und zu Shisha rauchen, aber absolut kein Problem und in einem guten Setup auch definitiv rauchbar. Also man muss nicht zu viel Angst davor haben, wenn man jetzt nicht seine ersten zehn Köpfe gerade geraucht hat. Dann ist das auf jeden Fall kein Problem, aber ein brutal leckerer Tabak und deswegen auf meinem Platz Nummer 3. Auf Platz Nummer 2 machen wir auch direkt weiter mit einem weiteren Must-Have Tabak. Es geht um den Must-Have Lime. Meine mit Abstand allerliebste Sorte von Must-Have. Es ist einfach ein Limettentabak. So simpel wie es klingt, aber für mich der geilste Dark Blend Limettentabak, den es gibt. Einfach eine schöne, saure, vollmundige, intensive Limette, die seinesgleichen sucht. Er hat eine leichte, frische Note am Start, aber nicht zu krass. Ich würde eher sagen, so wie man sich halt so eine Limette auf Eis vorstellt, vielleicht in so einem Cocktail mit drin. So schmeckt der Tabak, also nicht zu krass frisch, aber einfach eine unglaublich leckere Limette und deswegen mein Platz Nummer 2. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum absolut Eingemachten, der Platz Nummer 1. Und ich bin mir sicher, viele, viele Leute in den Kommentaren werden gerade schon fleißig schreiben, Black Nana, Black Nana, Black Nana. Black Nana, Leute, es ist nicht mehr Black Nana. Es ist nicht mehr Black Nana nach jahrelangem Lieblingstabak-Konsum. Ewig war er auf meinem Platz Nummer 1. Ich glaube, ich habe noch nie ein Top 10 Video gemacht, wo er nicht auf dem Platz 1 war. Jetzt ist er nicht mal mehr in der Top 10. Viele werden sich wahrscheinlich fragen, was ist da denn passiert? Leute, ich kann es euch auch nicht genau sagen. Vielleicht habe ich es mittlerweile einfach überraucht. Vielleicht waren es zu viele Kilo, die ich mittlerweile von diesem Tabak geraucht habe. Ich kann ihn nicht mehr rauchen. Ich rauche ihn nicht mehr sehr gerne. Ich rauche ihn immer noch gerne und ab und zu, keine Frage. Aber es ist einfach, ich weiß nicht, er gibt mir nicht mehr das, was er mir im Frühjahr gegeben hat. Und deswegen ist er jetzt leider abgelöst worden. Nach wie vor ein guter Tabak, aber nicht mehr in meiner Top 10. Jetzt ist doch die große Frage, Marvin, wenn der Black Nana nicht mehr deine Nummer 1 ist, was ist denn deine neue Nummer 1? Und es ist die Nummer 2 aus dem vergangenen Top 10 Video geworden. Es ist immer noch ein Traubeminze. Nach wie vor Traubeminze, mein absoluter Lieblingsflavor. Immer wenn ich länger als 20 Sekunden zum Aussuchen von der Sorte brauche, wird es dann doch ein Traubeminze. So eben auch diesmal. Und es ist der von Holster geworden. Für mich auch ein hervorragender Traubeminze. Seit er auf dem Markt ist, habe ich ihn sehr, sehr gerne geraucht. Irgendwann habe ich einen kompletten Bär dran gefressen. Wie sagt man das? Naja, auf jeden Fall, seit ihr auf dem Markt ist, rauche ich ihn unglaublich gerne. Und irgendwann kam so der Punkt, wo ich gemerkt habe, so Digga, das ist dein Lieblingstabak. Das ist einfach dein Lieblingstabak. Und seitdem rauche ich ihn am laufenden Band. Hinter mir steht eine leere Kilodose. In der Küche steht schon wieder die nächste Kilodose, die auch schon wieder halb leer ist. Also werde ich mir da auf jeden Fall auch nochmal einen dicken Vorrat anschaffen müssen, bevor der der 20. Mai kommt und er nicht mehr verkauft werden darf. Ja, soviel auf jeden Fall zu meinem Platz 1. Der Holster Grape Mint, brutal leckere Traubeminze, der ordentlich Minze am Start hat. Also Leute, die mehr Traube wollen, weniger Minze wollen, werden mit dem wahrscheinlich nicht happy werden. Aber Leute, ich bin es. Also für mich Holster Grape Mint, aktuell mein Platz Nummer 1. Wie immer Leute, schreibt mir gerne eure Top 10 unten in die Kommentare. Ansonsten Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video weitergeholfen hat. Oder noch unten abonnieren, falls ihr es nicht eben gerade schon gemacht habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.